Fast täglich dreht Herbert Rau seine Runde durch den Wald. Von Kind an fasziniert ihn die Pflanzen- und Tierwelt. Und seit 36 Jahren liegt hier auch sein Aufgabenfeld für die Gemeinde. Zurzeit beschäftigt ihn der Borkenkäfer, der die 150 Jahre alten Fichten im Wirtsfelder Wald befallen hat. Da sieht man also diese Gänge, wo die Larve gefressen hat. Die Schäden sind dieses Jahr schon beträchtlich. Das heißt, eine genaue Zahl kann man nicht nennen, weil es ja auch Nachwirkungen haben wird. Das heißt, man muss mal abwarten, was das Frühjahr uns bringt. Bisher ist es so, dass wir hier im Gemeindewald Büllingen ca. 4000 Festmeter Fichtenholz mit Käfer befallen haben, inzwischen auch verkauft haben und auch größtenteils schon abgeerntet und abgefahren haben. Für Herbert Rau ist das nichts Neues. In seiner langen Amtszeit war er schon mehrfach mit solchen Situationen konfrontiert. Im Rückblick sind es vor allem die Naturereignisse, die dem 66-Jährigen in besonderer Erinnerung bleiben. Das waren vor allen Dingen diese schweren Stürme, diese ersten Stürme in 1990. Ich kann mich erinnern an einen Holzverkauf in 1989, wo wir noch Höchstpreise, damals waren es noch in Franken, 3.200 Franken erzielten für dickes Holz. Und dann kamen diese Stürme im Januar und Februar, vor allen Dingen Aschermitt war damals, das war der vierte Sturm. Und dass dann tags danach unsere Waldwege versperrt waren und riesige Mengen Windwurfvolts hier in den hiesigen Gemeinden zu bewältigen waren, das war schon ein ganz besonderes Erlebnis. 1977 wurde Herbert Rau erstmals in den Büllinger Gemeinderat gewählt, zum Zeitpunkt der Gemeindefusion. Seitdem hat sich vieles verändert in der Kommunalpolitik. Umweltfragen sind drängender geworden und der Klimawandel mit Wetterextremen hat auch in den Gemeinden ein Umdenken erfordert. Wir können nicht wie früher nur mehr mit Monokulturen arbeiten. Das heißt jetzt nicht, ich sage das ganz bewusst für mich, ist nach wie vor die Fichte in unserer Höhenlage nach wie vor die Baumarkt Nummer eins. Aber man kann sie nicht mehr an allen Standorten einbringen. Ich denke da an Gleiböden, früher auch in Tälern, in Feuchtgebieten. Das ist nicht der Standort für die Fichte. Desgleichen in Südhängen, wo der Baum den ganzen Tag der Sonne exponiert ist, da muss man auch mit anderen Baumarten arbeiten. Es wird wahrscheinlich in Zukunft vermehrt auf Tannen, auf Eichen gesetzt werden. Aber wie gesagt, die Fichte darf ihren Platz nicht verlieren, weil schließlich ist sie der Baum, der den Gemeinden auch das erwünschte Geld bringt, das ökonomisch ist nach wie vor doch sehr, sehr wichtig für die Gemeinden. In dieser Hinsicht war das Jahr 2018 wenig erfreulich für die Gemeinde Büllingen. Was seine letzten Holzverkäufe als Waldschöffe betrifft, zieht Herbert Rau eine ernüchternde Bilanz. Wir haben bei den zwei Holzverkäufen insgesamt 300.000 Euro an Einnahmen erzielt. Kommt natürlich hinzu der Erlös von 4.000 Festmeter Käferholz, das sind auch nochmal circa 150.000. Im Frühjahr hatten wir natürlich auch 4.500 Festmeter Windwürfe. Alles in allem, denke ich, kommt man dann aber an circa 600.000 Euro, was ja auch noch eine gute Einnahme ist. Natürlich waren wir es gewohnt, in den letzten 5, 6 Jahren immer eine Einnahme zu haben, die sich so bei 1,2 bis 1,6 Millionen bewegte. Das ist dann schon ein starker Unterschied. Herbert Rau hat sich im Laufe der Jahrzehnte viel Sachkenntnis angeeignet. Beruflich war er im Notariat tätig. Als er Schöffe wurde, hatte er seine Arbeitszeit dort allmählich reduziert, zugunsten des Engagements für den Wald. Ich habe als junger Kerl den Försterkursus mitgemacht. Das war ein Einstieg. Aber es ist klar, dass die Erfahrung und die Zusammenarbeit mit verschiedenen Forstmeistern, mit zahlreichen Förstern, mit Waldarbeitern, mit Holzhändlern und so weiter, das bringt natürlich ein Wissen mit sich. Das kann man sich nicht in einem Jahr erarbeiten. Das ist natürlich schon klar, dass man das über die Dauer der Jahrzehnte sich angeeignet hat. Und das kommt einem auch zugute. Und das möchte man auch gerne seinen Nachfolgern mitgeben oder zumindest den Rat mitgeben. Und ich hoffe, dass wir auch in dieser Richtung nach wie vor der Gemeinde und dem Wald verbunden bleiben. Dem Wald bleibt er auch nach seiner Zeit als Schöffe verbunden. Das steht für Herbert Rau fest. Mit Sicherheit. Der hat immer eine Rolle gespielt und der wird auch in Zukunft eine Rolle spielen. Also solange ich kann, werde ich mich jedenfalls mit Wald und Natur weiter befassen. After 28. Ich bin sehr glößt, Werde. Bis zum cosmischen